Herzlich willkommen, meine lieben Dichter und Denker. Soweit ich mich zurückerinnern kann, staune ich darüber, wie sehr meine Mitmenschen dem Roman 1984 von George Orwell verfallen sind. Das äußert sich im Alltag so, dass wenn zum Beispiel die Rede kommt auf die Datensammler im Internet, dass es dann heißt Big Brother, Big Brother is watching you. Was mich da so staunend macht, ist, dass Big Brother in dem Roman oder wie die Diktatur dort funktioniert, die Kontrolle über Menschen, nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem hat, dem wir uns heute im Datenschutz im Internet gegenüber sehen. Da drängt sich nun eine sehr einfache Erklärung auf, aber die werde ich jetzt mal nicht aussprechen. Ich möchte erstmal nochmal eins draufsetzen. Wir werden uns hier heute mit der Kirsche auf dieser Torte befassen, mit Newspeak, mit Neusprech. Und dabei einen Irrtum ausheben, den ich nicht für eine Lappalie halte, sondern für, in aller Bescheidenheit, den größten Irrtum aller Zeiten. Er hat in gewisser Weise mit Sprache zu tun, aber es geht nicht darum, wie Sprache funktioniert, sondern eher, wie die Natur des Menschen beschaffen ist. Der Irrtum ist schon uralt, aber er ist momentan sehr aktuell und irgendwie relevant. Er tritt an die Oberfläche und man erkennt, dass eine große Mehrheit irgendwie diesen Irrtum für sehr plausibel hält, obwohl er total irre ist, obwohl er jeder Grundlage wissenschaftlich entbehrt und eigentlich auch sich enttarnt als völlig irre, wenn man auch nur fünf Minuten die Wirklichkeit betrachtet. Er schreibt die Wirklichkeit überhaupt nicht. Eine völlig andere Welt, die bizarr wäre. Und trotzdem kommt er vielen Menschen plausibel vor. Und deswegen müssen wir ihm heute mit aller Strenge und Entschiedenheit entgegentreten. Und das machen wir mit Hilfe eines Zeitungsartikels, der mir vor drei, vier Wochen zugeflogen ist. Bei Twitter habe ich ihn zu einem Gastbeitrag in der Zeitschrift Tichys Einblick, das liberal-konservative Meinungsmagazin. Und hier auf der Internetseite, da hat ein russischer Student einen Gastbeitrag geschrieben, wie Putins Propaganda die russische Sprache manipuliert. In der Einleitung zum Artikel heißt es, zur Unfreiheit der Medien kommt in Putins Russland eine zunehmende Vereinnahmung der Sprache selbst, die durchaus schon an Orwells 1984 erinnert. Am deutlichsten wird das in der Verwendung des Begriffs Faschismus. Lassen wir mal das Werk erstmal für sich selbst sprechen. Das hat mein Ägyptologie-Professor immer gesagt. Alle haben die Augen verdreht. Es heißt hier als ersten Satz ein Zitat aus dem Roman selbst. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Sich in eigener Beschreibung der heutigen Realität auf George Orwells dystopischen Roman 1984 zu beziehen, ist in Russland zum schlechten Benehmen geworden. Leuchtet mir nicht ein, was das bedeuten soll. Wenn also die Erwähnung von 1984 unhöflich ist in Russland heutzutage, dann kann ich mir das nur so vorstellen, dass ja in so einer Diktatur jeder Position beziehen muss. Er kann innerlich für den Krieg sein oder er kann gegen den Krieg sein. Und die zweite Frage, die schließt sich dann an, positioniert man sich öffentlich dazu oder hält man die Klappe und weicht man irgendwelchen Situationen aus, in denen man Stellung beziehen muss. Und da ist es dann durchaus unhöflich, wenn es Leute gibt, die laut 1984 herauskrakehlen und andere Leute dann in die Bedrohle bringen, dass sie sich äußern müssen in der Öffentlichkeit und sich dadurch vielleicht sogar in Gefahr begeben. Aber das ist nicht der Grund, den er hier angibt. Denn was der Autor, und Entschuldigung, ich bin gerade hier fasziniert davon, dass da ein doppeltes Leerzeichen drin ist. Das ist nämlich eigentlich nicht möglich in HTML. Schauen wir mal rein. Ja, hier. Non-Break Space, Non-Break Space. Das sind die beiden Leerzeichen. Dieses normale Leerzeichen dazwischen. Apple Converted Space. Ja, da ist irgendwas schief gelaufen. Aber ich glaube, hier oben sind auch solche Sachen drin. Wenn man dieses Problem hat in Texten, dann könnt ihr das ganz einfach machen in Python oder auch jeder anderen Programmiersprache. Ich kopiere das mal raus. Nur für die Autoren von euch. Dann nehmt ihr den Text. Und das ist jetzt nun mal der eigentliche Algorithmus, wie das funktioniert. Dann nehme ich jetzt mal die Variable Text. Nenne ich die. Mache hier mal diesen Text rein. Da sehen wir also diese zwei doppelten Leerzeichen. Es sind sogar drei. Also das normale dazwischen wird auch. Jetzt machen wir da vorne noch ein Leerzeichen hin. Und hinten am Absatz hat man ja gerne mehrere. Machen wir noch mal ein bisschen weiter hier. Wenn ich das jetzt noch mal ausgeben lasse, dann sieht das also so katastrophal aus. Und wenn ich das jetzt in Ordnung bringen will, dann macht man das nicht über Regex oder sowas, sondern ganz einfach, indem man eine Liste von Wörtern anlegt in dieser Reihenfolge, die man dann nachher wieder zu einem Text zusammen verbindet. Wenn ich jetzt also so eine Liste mehr mache, dann nenne ich die mal Wörter, Words. Das wäre dann Text. Und auf den wende ich jetzt die Methode Split an. Ich trenne also diesen String hier in unterschiedliche Teile auf. Und an welchen Stellen das getan werden soll, das gibt man in dieser Klammer an. Und wenn man da nichts dran schreibt, dann sind es Leerzeichen jeder Art. Das kann ich also jetzt mal ausgeben. Oh, Entschuldigung. Dann sehen wir hier eine Liste mit allen Wörtern in genau der richtigen Reihenfolge und von Leerzeichen ist nichts mehr zu sehen. Die normalen Satzzeichen, die sind aber noch da. Und wenn ich das jetzt wieder verbinden will, das nenne ich dann mal Clean, dann hat, das sieht ein bisschen komisch aus, dann nehme ich ein einfaches Leerzeichen, das muss in Anführungsstriche stehen und auf dieses wende ich jetzt Join an und da tue ich die Liste rein. Jeder, der Python lernt, denkt, es müsste eigentlich umgekehrt sein, dass auf diese Liste dieses Join angewendet wird und dann, was dazwischen stehen soll, jeweils in die Klammer rein. Aber es ist eben umgekehrt aus Gründen. Wenn ich das jetzt ausgebe, haben wir einen wunderbar sauberen Text. So würde das so funktionieren. Falls das einer von euch braucht für den gesamten Text mit mehreren Zeilen oder gar Word-Dokumente, das können wir dann in der Facebook-Gruppe machen, das nur mal als Orientierung. Denn was der Autor als Schrecken eines totalitären Regimes bezeichnete, damit meint er also George Orwell, entspricht durchaus den Attributen von Putins Herrschaft. Ist ja irre. Aber lesen wir mal weiter. Zu diesen Attributen gehört Neusprech. Eine Sprache, die durch Parteideologie und parteibürokratische Wendungen verstümmelt wurde. Und darunter wird ausgeführt, wie wir uns das konkret vorzustellen haben. Nämlich so, dass Putin im Laufe seiner Regentschaft die Kontrolle gewonnen hat über die russischen Fernseher- und Radiosender. Und für den gemeinen Russen, den Ivan-Normalverbraucher, sind das eben die einzigen Informationsquellen. Und dann geht es dann eben hier so zu, dass die alle die gleiche Politik bringen und den gleichen Richtlinien folgen. Zu diesen Richtlinien gehört der bereits erwähnte Neusprech. Was ist das nun für ein Neusprech? Putins Neusprech ist die Bezeichnung für die Wörter und Konzepte, die in den letzten Jahren in den Medien in der Rhetorik von Beamten und Behörden weite Verbreitung gefunden haben. Offenbar erhalten die Leiter der Medien und der Pressedienste der Ressorts einmal pro Woche bei Planungstreffen mit dem ersten stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung Anweisungen, in welcher Sprache sie über die Nachrichten berichten sollen. Möglicherweise entsteht dort das Neusprech des Protinismus. Ja, ein neues Vokabular. Das ist schon komisch. Auf der einen Seite klingt das ja schon sehr detailliert, als hätte da jemand wirklich einen Einblick in die Details. Das ist also der Stellvertreter der Präsidialverwaltung, der einmal pro Woche da antanzt. Auf der anderen Seite finden sich hier Wörter wie möglicherweise offenbar oder auch hier einmal die Woche und dann da oben in den letzten Jahren Verbreitung gefunden hat. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Weil hier steckt ja eigentlich schon drin, dass man nicht solche Anweisungen konkret braucht, damit man sowas hier durchsetzen kann. Wie bei uns zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen das Wort Belarus statt Weißrussland. Das hat seinen Ursprung dort, darüber haben wir mal eine eigene Sendung gemacht, weil sich der Diktator von Weißrussland neben dem richtigen großen Russland unheimlich klein vorgekommen ist und sich deshalb von den Diplomaten der Welt gewünscht hat, dass man sein Land fortan Belarus nennen sollte. Und dort hat man bei uns im Auswärtigen Amt gesagt, aber nichts lieber als das, weiß russischer Diktator, wir machen alles, was sie von uns verlangen. Denn es ist die Aufgabe des Auswärtigen Amtes, Diplomatie zu betreiben. Dass nun Journalisten glauben, sie müssen sich von dem Amt vorschreiben lassen, wie man ein Land zu nennen habe, das ist ganz allein auf den Mist von Journalisten gewachsen. Also von Menschen, die ja auch sich selbst als vierte Gewalt, und diese drei Gewalten, das sind doch die Gewalten des Staates. Der Journalismus ist doch außerhalb des Staates. Also Menschen von solchem intellektuellen Format, die haben sich das dann also ausgedacht. Da brauche ich doch nicht den stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung antanzen lassen, um den Leuten zu sagen, was sie zu sagen haben. Das wissen die von allein. Das ist ja das Interessante an solchen Konformitäten. Und dieses neue Vokabular sollen nun Euphemismen sein. Das wird im nächsten Satz einfach so aus dem Hut gezaubert, wie ein Kaninchen. Als wäre das ohnehin klar. Aber nichts ist klar. Uns ist oben George Orwell versprochen worden. Und was wir jetzt bekommen, ist Klaps für Explosion. Also wenn eine Tonne Sprengstoff in die Luft geflogen ist, wird das als Klaps bezeichnet. Offenkundig ein lexikalischer Fehler. Im Deutschen braucht man für den Klaps immer eine flache Hand, die tätschelt oder schlägt. Das wird wahrscheinlich ein Knall gewesen sein, in so einer Verniedlichungsform im Russischen. Erst mit steigender Opferzahl ändert sich die Terminologie. Darunter als weiteres Beispiel Rauch für Brand, wie zum Beispiel bei diesem Schiff Moskwa, das dann gesunken ist. Und schließlich noch harte Landung, ein Flugzeugabsturz. Der Autor sieht offenkundig die Not, uns drei Beispiele für diese kindlichen Verniedlichungen zu bringen, damit wir kapieren, was gemeint ist. Was aber nicht für nötig hält ist, uns zu zeigen, dass es sich tatsächlich um eine Regel handelt, die vom stellvertretenden Leiter der Präsidialverwaltung wöchentlich herausgegeben wird. Das ließe sich nämlich sehr einfach nachweisen. Das wäre doch interessant gewesen zu sehen, wie plötzlich die ganzen Radiosendungen und Zeitungen von einer Woche auf die nächste die Explosionen als Klapse bezeichnen oder als Knällchen oder sowas. Außerdem ist mir das hier ein bisschen verdächtig. So Larifari, wie der Artikel bis jetzt schon gewesen ist und erst noch werden wird, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass zum Beispiel hier Rauch für Brand, dass sich das Vokabular im Laufe von solchen Events ändert und nicht, weil da oben der Leiter kommt. Der mag da vielleicht noch dazukommen. Wenn also jetzt plötzlich Videos auftauchen, und da gibt es bestimmt viele Privatvideos, die mit Handy gemacht worden sind, dass dieses Schiff Moskva raucht auf dem Meer, dass da Qualm rauskommt. Man muss also irgendwie das Erwähnen in den Nachrichten darauf eingehen, damit man das deutet in der Öffentlichkeit. Und dann würde man zunächst mal von Rauch sprechen. Vielleicht aus Vorsicht, wie man das eigentlich als Nachrichtensendung tun sollte, aber auch in der Hoffnung, dass dieser Rauch von alleine wieder aufhört, dass da wirklich irgendwie jemand eine Zigarette hat brennen lassen, das gelöscht wird und damit die Sache vergessen wird. Nun aber entwickelt sich dieser Brand weiter und das Schiff sinkt. Und jetzt muss man sich erst diese Lügengeschichte, die ja die eigentlich interessante Verharmlosung ist, ausdenken. Aber es wäre doch auch der erste Krieg seit Menschengedenken gewesen, wo es keine solche Verharmlosungen gibt. Wir verharmlosen auf unserer Seite die Gegenoffensive, ja auch die Erfolge der anderen, und übersteigern unsere eigenen Erfolge. Wir machen das nicht nur in Kriegszeiten, wir machen das auch jeden Tag, vom Aufstehen bis ins Bett gehen, privat und im Berufsleben, dass wir die Dinge in unserem eigenen Interesse schildern. Und jetzt wird es ein bisschen komisch. Provokation. Alle aktiven Aktionen, die die Behörden oder die Polizei in ein schlechtes Licht rücken wollen, insbesondere wenn diese Aktionen die Regierung selbst in ein schlechtes Licht rücken. Damit können doch nur Demonstrationen und Proteste gemeint sind, oder? Und die wollen natürlich nicht die Regierung oder das, was sie tut, in ein schlechtes Licht rücken, sondern sie protestieren dagegen. Und dieses Wort Aktion hier, das ist kein Wort der deutschen Allgemeinsprache in dieser Verwendung, sondern ein Terminus technicus der Roten Brigaden. Nur Linksradikale sprechen so, dass sie Demonstrationen oder was auch immer sie veranstalten, als Aktionen bezeichnen. Rechtsradikale, heutzutage, ich weiß es nicht, aber in der originalen Hitlerbewegung, da würde es mich sehr wundern, es wäre mir aufgefallen, wenn zum Beispiel bei den Flugbettern, beim Hitlerputsch oder so, sowas hier gebraucht worden wäre, da bin ich mir recht sicher, dass das da nicht der Fall ist. Aber wenn es so sein sollte, dann ist es auf jeden Fall von den Linken gemopst, weil dieses Wort der Aktion, der Gedanke, der dahinter steckt, der ist sehr tief im kommunistischen Weltbild verankert. Das kann allerdings im Russischen anders sein. Russland ist immerhin sieben Jahrzehnte, oder? 1917 bis 1972 Jahre kommunistisch gewesen. Das ist eine deutlich längere Zeit als die DDR mit 40 Jahren. Bei der DDR gab es Leute, die sind vorne reingegangen und hinten wieder rausgekommen. Bei der Sowjetunion ist das nicht möglich gewesen. Da ist es also so, dass man wahrscheinlich, wenn man heute noch irgendwie lebt, das Kind von Eltern ist, die selber nichts anderes gekannt haben als den Kommunismus, nichts davor. Und da kann es durchaus sein, dass solche kommunistischen Redeweisen, Sprachgebräuche dann allgemein sprachlich werden. Das wäre dann, wie es auch immer genau gelagert ist, für die spätere Beurteilung von Faschismus, das soll ja der Höhepunkt dieses Artikels werden, durchaus von Bedeutung. Wenn ihr neulich das Video gesehen habt über die Ismuse, da haben wir den Faschismus gehabt und wir haben dort beleuchtet, wo dieses Wort herkommt und dass es auch kein Wort der allgemeinen Sprache ist, das wird also später wahrscheinlich noch relevant werden. Bei dieser Provokation habe ich so ein Déjà-vu. Ich habe das irgendwo schon mal gehört, in dieser Verwendungsweise, aber woanders. Ich weiß nicht, ob das Geschichte war oder ob das ein Film oder so gewesen ist. Ich glaube, bei der DDR-Grenze, da sprach man immer von Provokationen. Ich weiß nicht, ob das in der DDR auch so war. Falls ihr das wisst, dann könnt ihr mir in der Facebook-Gruppe Bescheid geben. Jetzt die Frage, ist das denn überhaupt ein Euphemismus? Kommt euch das so vor? Wir können uns vielleicht mal ganz kurz überlegen, was denn überhaupt eigentlich ein Euphemismus ist. Und dabei ist es, glaube ich, ganz nützlich, wenn wir mal die Urbedeutung uns anschauen, von der ausgehend. Das Wort Euphemismus selber ist, glaube ich, erst belegt. Im Hellenismus und bei Dimitrios. Ein Werk über die Beretsamkeit, so drittes Jahrhundert vor Christus, so ist das, glaube ich, irgendwo. Und nicht sehr erhellend, soweit ich das in Erinnerung habe. Deswegen habe ich hier gleich mal die Klassik rausgesucht, wo wir genau eben das vorgeführt bekommen, nicht nur als philologische Ausführung, sondern tatsächlich erleben, was Euphemismus ist. In der Urbedeutung von Aeschylus, die Tragödie Agamemnon, das ist die erste von drei Tragödien, die zusammen die sogenannte Orestie ausmachen. Orestes ist ein Sohn von Agamemnon gewesen. Agamemnon war der Herrscher von Mykene, einer Stadt am Ostzipfel der Peloponnes, so südlich Luftlinie von Athen. Und Agamemnon war zudem in der trojanischen Sage der Anführer der Griechen. Und er hat eine Reihe von ziemlich dummen Dummheiten gemacht. Und die größte davon war, dass er seine Tochter Ephigenie geopfert hat. In der Hoffnung, dass dadurch die Flaute, die herrschte, wieder endet und neuer Wind aufzieht und man rüber nach Troja segeln kann. Und verursacht worden war die Flaute auch von einem dummen Fehler von Agamemnon. Und er hat nämlich im Wald der Artemis gejagt und da was erlegt und sich dann auch noch ausgegeben als der größte Jäger auf Erden. Und das hat Artemis nicht gut bekommen. Deswegen hat sie diese Flaute verursacht. Als Agamemnon nun nach dem Krieg zurückkehrt nach Mykene, wartet dort seine Frau Glütheim-Nestra. Sie hat Speer aufgestellt, um zu sehen rechtzeitig, wann Agamemnon nach Hause kommt. Sie plant nämlich, Agamemnon umzubringen. Und zwar dafür, dass er die Tochter der Ephigenie umgebracht hat. Das ist natürlich ein atemberaubender Frevel gewesen. Schauen wir mal rein. Ich habe mir nur die Versnummer notiert. 1245 war das, glaube ich. Ich habe es im Kopf. Genau, hier ist es. Euphemos. Das ist das Grundwort, von dem Euphemismus quasi abgeleitet ist. Schauen wir mal ab, wo wir lesen. Vielleicht oben hier. Fangen wir mal an. Und zwar hilft es natürlich Agamemnon nicht, wenn er dann nach Hause kommt zu seiner Frau Glütheim-Nestra, die ihn umbringen will. Wenn ihr auch noch eine junge Frau mitbringt. Und zwar die berühmte Kassandra, die Seherin, die ist mit dabei und die sieht natürlich, was jetzt passieren wird. Und sie ahnt auch, oder sie weiß es sogar, dass sie selber mit umgebracht wird. Das ist dann auch was passiert. Wenn sie diesen Palast betritt, wird sie selber auch umgebracht werden. Und sie unterhält sich hier mit dem Chor, oder dem Chorführer, dem Chorregos. Das ist der Chorführer, der hier spricht. Und der sagt wohl, das ist dann da drüber. Aller die anderen Dinge, das hatten wir in der letzten Sendung erst, glaube ich, dass im Griechischen wie im Lateinischen Dinge da nicht gesagt werden, sondern nur die anderen. Akkusas, die anderen Dinge gehört, Ekdromo Peson Trecho. Trecho ist ein allerwertes Wort, heute noch in Griechenland, habe ich neulich jetzt häufig gehört, als ich in Kreta war. Laufen, ich laufe. Also ich laufe, und zwar fallend, aus dem Rennen. Also, es haut mich aus der Kurve, nachdem ich das hier, das andere noch gehört habe, oder erfahre, haut es mich aus der Kurve. Da fliegt mir gleich das Blech weg, hat man früher gesagt. Darauf sagt dann Kassandra, ich sage, Fämi, das ist das Verbum, das tatsächlich in Euphemistisch oder Euphemismus dann drinsteckt, sagen nämlich, ich sage, und der Inhalt von sagen, das haben wir beim vorletzten Video, glaube ich, besprochen, steht im Griechischen wie im Lateinischen im Aci. Der Akkusativ ist hier, ich sage, dass du, seh, und der Infinitiv ist hier, epopsestai, eporao, bedeutet, mit ansehen, epopsestai ist dann der Futur-Infinitiv, also du wirst mit ansehen, und zwar Moron, der Moros, das ist der Anteil, den man an etwas erhält, zum Beispiel auch der Grundstücksanteil, wenn man erbt vom Vater, solche Sachen, und dann eben auch das Schicksal, also das Los, das man bekommt, das ist eine maskuline, also eine Standardgenusableitung von Meromai, ich bekomme zugeteilt, es gibt auch noch eine weibliche Ableitung, also eine Abstraktion, Moira, das ist auch der Anteil, die Zuteilung, und von dem ist dann die Personifizierung, die drei Moiren, das sind diese drei Schicksalsgöttinnen, die diesen Faden spinnen und dann abschneiden, und es gibt sogar noch ein sächliches Meros, bedeutet auch Teil oder Anteil, das steckt glaube ich drin in den sogenannten Polymeren in der Chemie, weil die Polymere ja so Kunststoffe sind, die so lange Ketten bilden, da sind dann so Makromoleküle aus C-Atomen und noch anderen Atomen drumherum, die sich immer wiederholen, und da bilden die diese langen Ketten, und ich glaube deswegen nennen die Chemiker das Polymer, das ist also hier das Los, das Schicksal, also ich sage, dass du sehen wirst, das Schicksal, und zwar Agamemnonos, Agamemnonos, und darauf wieder der Chorführer, das ist ja ein Imperativ, Koimaison, Koimau, es bedeutet dämpfen, leiser machen, sanfter machen, und zwar dämpfe deinen Mund, Stoma ist der Mund, und Euphemon, das ist ein Attribut zum Mund, das ist ein Neutrum hier, das gehört hier zusammen, O Talena, du Unglückselige, also du Unglückselige, dämpfe deinen, und zwar euphemischen Mund, ich übersetze es jetzt mal so, als Wolfsfriend, das kann man so verstehen, wie wir das heute verstehen, dass man nichts Negatives sagt, aber es kann vor allem auch bedeuten, dass man gar nichts sagt, dass man leise ist, denn in der Antike, bei den Griechen, und auch vor allem auch bei den Römern, da ist es nicht so, dass man die Götter für seine Pläne gewinnen will, dass die einem beistehen, das machen höchsten Staaten, wie Athen oder Rom, wenn sie Krieg führen zum Beispiel, die Einzelperson ist nicht so törig, das zu tun, sondern sie möchte nur sicherstellen, dass der Gott keinen schlechten Tag hat, nicht schlecht aufgelegt ist, dass man ihn nicht irgendwie aufgescheucht, und in eine schlechte Stimmung gebracht hat, dass also am besten die Gottheit gar nichts mitbekommen von den Plänen, dass man schön in Ruhe das tun kann, und was man machen will, dass also kein Gott den Plänen irgendwie im Wege steht. So ein bisschen wie bei Harry Potter, da gibt es doch diesen dunklen Nord, dessen Namen man nicht aussprechen darf. Ich weiß nicht, wie der wirklich heißt. Ich habe nur so ein paar Filme gesehen, die Bücher kenne ich gar nicht. Das ist der mit der komischen Nase. Und alle Filme bestehen ja irgendwie aus demselben Plotmuster, nämlich dass am Anfang der Geschichte Zeichen auftauchen, dass der dunkle Nord aus der Dunkelheit kommt, und die Zeichen werden dann immer stärker, und dann kommt dann der dunkle Nord, oder in den ersten Filmen schickt er, glaube ich, irgendeinen Diener oder so voraus, so eine kleinere, schlechte Person. Und dann gibt es außerhalb von diesem Hogwarts, von dem Internat, in einem nahegelegenen Waldstück einen Kampf mit Zauberstäben, den man physikalisch oder mechanisch nicht nachvollziehen kann, warum der eine gewinnt und der andere verliert. Naja, der, der die helleren Strahlen rausschickt, der hat dann am Ende gewonnen, es ist dann die Harry Potter, und dann ist es zu Ende. Und dass man den Namen nicht ausspricht, das ist auch ein Euphemismus. Es geht auf das Tabu zurück, dass also dieser Name dann Tabu ist. So jedenfalls bei uns im Abendland. Über das Abendland hinaus gibt es so eingeborene Stämme, ich weiß aber jetzt nicht, was das für welche sein soll, das lernt man so, wenn man vergleichende Sprachwissenschaft studiert, da kann es sein, dass wenn einer Cola heißt, oder McDonalds, oder iPhone, oder Tesla, und der stirbt, dass der Name dann Tabu ist, das heißt, dass dann niemand mehr Tesla fahren darf, oder ein iPhone besitzen darf, oder Cola mehr trinken darf. Zurück zum Euphemismus. In dieser Eurystidien-Dreiteile schließt sich als nächste Tragödie die sogenannten Koephoren an. Die sind entweder diese antiken Dramen, sowohl die Tragöden, als auch die Komödien, nach dem Helden benannt, wie hier Agamemnon, oder von Aristophanes gibt es die Lysistrate, das ist eine Dame, die eine Frauenrevolution anführt, oder nach dem Chor, und die Koephoren, das sind junge Damen, die tragen Libationsopfer, Chor, herum, und das wäre zum Beispiel, dass man Milch ausgießt über einem Altar, das gibt es bei den alten Ägyptern auf den Wandreliefs, das ist sehr häufig dargestellt, und die Griechen haben das offenkundig auch gemacht. Es gibt auch bei Pindar sogenannte Phallophoren, das sind junge Damen, die tragen große Penisse durch die Gegend. Falls ihr zufälligerweise eine junge Dame seid, und noch nicht den richtigen Job gefunden habt, probiert es doch mal damit. Das sind also so Priapus-artige Fruchtbarkeitspenisse. Die trägt man rum, damit die magisch die Fruchtbarkeit überall herum verteilen. Bei den Chorphoren wird der Sohn Orestes die Glütheimnestra dafür umbringen, dass sie vorher den Agamemnon umgebracht hat. Ganz wie die Griechen es lieben, das ein Verhängnis das nächste Jagd und im dritten Teil der dritten Tragödie, das sind dann die sogenannten Eumeniden, da muss dann Orest büßen, weil er seine Mutter umgebracht hat. Er wird verfolgt von diesen Erinyn, den Rache-Göttinnen. Und weil wir uns jetzt Mitte des fünften Jahrhunderts befinden hier in Athen, wo diese Tragödien aufgeführt werden, passiert Folgendes. In Athen gibt es einen Prozess gegen Orest, bei dem er freigesprochen wird. nicht unumstritten, aber er wird freigesprochen und die Rache-Göttinnen, so möchte es das athenische Publikum, die akzeptieren dieses irdische Urteil aus Athen und lassen den Orest fortan in Ruhe. Und diese Erinyn, die Rache-Göttinnen, sind nun das Paradebeispiel für den Euphemismus in der Antike. Die werden nämlich Eumeniden genannt, also die Wohlwollenden. Oder bei den Römern, da werden sie die Parzen genannt, also die Schonenden. Sie sind aber in Wirklichkeit genau das nicht, sondern sie jagen einen, der es verdient hat, bis zum jüngsten Tag, bis er völlig irre ist. Und natürlich weiß es jeder, dass das das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, diese Rache-Göttinnen. Es wird also niemand irgendwie getäuscht oder in eine andere Stimmung versetzt, wenn man die Eumeniden, die Wohlwollenden sagt. Das ist etwas, was man beim Euphemismus literarisch, aber auch in der Wirklichkeit beachten muss, nämlich die Frage, funktioniert es, dass der Empfänger das Positive glaubt oder hat es hier diese Urbedeutung, diese Urfunktion, dass man eben nur, indem man die Ereniden nicht sagt, deren Namen, sie auch nicht irgendwie anlockt, wie eben bei Harry Potter mit dem Dung der Lord. Das andere Paradebeispiel, das man immer noch bringt, so Latein im griechischen Unterricht, das wäre dann so Phrasen, wie aus dem Leben gehen, so drücken das die Römer aus, für sterben, wie wir ja auch heute sagen, er ist von uns gegangen. Auch beim Griechischen gibt es so eine ähnliche Wendung. Und da ist die Frage halt, ob das wirklich verhüllt, dass einer gestorben ist. Es kann also angemessen sein in der momentanen Lage, dass man zum Beispiel eine Andacht hat oder eine Rede hält auf den Verstorbenen. Da kann man es sagen, weil alle in einer ein bisschen traurigen Stimmung sind und es nicht so schroff klingt. Aber auch da ist dann eben nur der Ausdruck der Lage angepasst. Er kann aber nicht das Schreckliche zu etwas Positivem machen im Kopf des Empfängers wirklich. Das gilt doch auch, wenn die Geschäftsführung eines Unternehmens von Freistellungen spricht. Das mag zwar mich schnell hinwegtäuschen, wenn ich das in der Tagesschau höre, dass bei einem großen Konzern 2000 Arbeiter freigestellt worden sind, denke ich mir, die arme Säue. Und dann bin ich schon weiter. Aber die Leute, die tatsächlich gekündigt worden sind, die können doch nicht getäuscht werden mit so einem Euphemismus. Und da könnte man fast annehmen, dass der Euphemismus meistens eigentlich nur eine unlustige Variante der Ironie ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Das war ursprünglich nicht ironisch gemeint, als Schröder das zum allerersten Mal gesagt hat. Aber schon der Zweite, der es berichtet hat, hat es ironisch gemeint. Daraus auch die Frage, kann man als Diktator den Euphemismus für sich arbeiten lassen? Ich vertrage diese Frage auf das Ende der Sendung, weil wir sie in einem größeren Zusammenhang beantworten werden. Vielleicht jetzt noch die weiteren Beispiele, nur im Überblick. Weltpraxis, Importsubstituierende Industrialisierung, Merkantilismus oder sowas, das ist damit gemeint, und dann Russlands nationale Interessen und da unten dann die Spezialoperation. Das können wir als Euphemismus durchwinken, aber er hätte nur funktioniert, wenn das in zwei, drei Tagen über die Bühne gegangen wäre. Das ist es aber nicht. Deswegen rächt sich das natürlich grausam. Das wird dann wahrscheinlich zu so einem geflügelten Wort, also Ironie werden in Russland. Und die Beispiele darüber hier, das würde ich eher als Idiosynkrasien bezeichnen, also als Eigentümlichkeiten, bei denen wir nicht wirklich beurteilen können, wie im russischen Sprachgefüge diese Sachen von Muttersprachlern verstanden werden. Das wäre ja gerade das gewesen, was ich hier erwartet hätte von so einem Artikel, weswegen ich das angeklickt hatte. Aber da bekommen wir leider nichts geboten. Dann haben wir hier diese Russlands nationale Interessen. Also das ist kein Euphemismus, sondern tatsächlich das Verstandesmotiv von Putin. Das ist das, was er bewusst denkend denkt, warum er das alles macht. Dazu heißt es hier, ein Simulakrum. Abstrakte, zweifelhafte oder kostspielige Ziele, die durch die Geopolitik gerechtfertigt sind. Ob die zweifelhaft oder kostspielig sind, ist ja eine Sachfrage. Das hat ja nichts mit diesem Neusprech zu tun oder mit dem Sprachgebrauch von Putin. Was ein Simulakrum sein soll, das habe ich nicht gewusst. Das musste ich nachschlagen. Deswegen habe ich mal hier bei Wikipedia nachgeschaut. Und da ist das Simulakrum, bezeichnet man ein wirkliches oder vorgestelltes Ding, das mit etwas oder jemand anderem verwandt ist. Naja, das hätte ich in etwa erwartet, weil es im Lateinischen ein Vokabel, Simulakrum ist. Es bedeutet Gleichnis oder Bildnis. Ist nicht besonders häufig. Von was soll denn das hier ein Gleichnis oder ein Bildnis sein? Deswegen habe ich da mal runtergescrollt und fand hier die Medientheorie. Und da vor allem hier Jean Baudrillard. Das ist ein Franzose, der mittlerweile gestorben ist. Ein französischer Medientheoretiker, Philosoph und Soziologe. Ich kannte den vorher auch nicht. Aber was mir an ihm gefallen hat, ist dieses Zitat hier. Berufssoziologe wurde ich aus Opportunismus. So um das Jahr 1968. Damals war Soziologie die große Mode und für mich erschloss sich die Möglichkeit einer akademischen Laufbahn. Ich verdiente damit besser. Ich fühlte mich aber weder als Soziologe noch als philosophierender Philosoph, allenfalls als Theoretiker. Ja, das nennt man philosophierender Philosoph. Als Metaphysiker. Warum nicht? Also jetzt wissen wir schon, es geht ums Geld. Der symbolische Tausch und der Tod, so der Titel eines Werkes wohl, enthält auch eine erste systematische Fassung seiner Simulationstheorie. Baudrillard unterscheidet drei Zeitalter des Zeichens beziehungsweise drei Ordnungen des Simulakrums. Nach dem Zeitalter der Imitation und demjenigen der Produktion leben wir heute im Zeitalter der Simulation, einem gesellschaftlichen Zustand, in dem Zeichen und Wirklichkeit zunehmend ununterscheidbar werden. Die Zeichen, so Baudrillard, haben sich von ihrem Bezeichneten gelöst und seien referenzlos geworden. Die Zeichencodes der modernen Städte, der Werbung und der Medien geben nur noch vor, schlüsselbare Botschaften zu sein. In Wahrheit dagegen seien sie reiner Selbstzweck, mit dem das Gesamtsystem der Gesellschaft aufrechterhalten wird, damit jeder an seinem Platz bleibt. Die Zeichen simulieren eine künstliche Realität als Hyperrealität, anstatt eine wirkliche Welt abzubilden. Das ergibt ein bisschen einen Sinn hier, dass Putin ähnlich wie Hitler mit dem Lebensraum im Osten so eine Art Hyperrealität schafft, in der diese Ziele verfolgt werden und in Wirklichkeit existieren diese Sachen gar nicht. Vielleicht noch mal kurz zu dem Jean zurück. Es gibt ja diesen Roman und den Film 1939-1999. Das ist ja ein toller Film gewesen. Den habe ich mir gerne angeschaut. Hier steht was von den drei Zeitaltern des Zeichens. Und das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn man von Zeitaltern ausgeht. Und vor allen Dingen dann davon ausgeht, dass die Zeichen irgendwie runtergekommen sind, also in Verderbnis geraten sind und dann eben nichts mehr bedeuten, sondern nur noch für sich selbst da sind. Da könnte ich von jetzt an drei Wochen lang am Stück weiterreden und nur Beispiele aufzählen, wie in der Antike genau das auch schon der Fall ist und auch schon bei den alten Ägyptern. Bei den Römern zum Beispiel Brot und Spiele. Das ist eine politische Doktrin, die in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts vor Christus aufkommt. Sie wird getragen von Claudius Pulcher. Der verfocht den Antrag, dass man Zypern erobern sollte, um genug Getreide für das Volk von Rom herbeischaffen zu können. So hatte das Ganze da seinen Anfang. Und es ist auch so eine Hyperrealität gewesen, wie wir sie jetzt bei Putin finden oder auch bei den alten Ägyptern. Die Darstellungen an der Wahn zum Beispiel von den militärischen Erfolgen von Ramses II. Ramses II. ist ja der Pharao in den alten Ägypten, der das nicht imperialistische Ägypten in eine Militärdiktatur umbaut. Der ganze Staat wird umgebaut. Und er stellt sich natürlich immer so dar, dass er Schlachten gewonnen hat, von denen wir wissen, dass er die nicht gewonnen hat. Und das konnten die Ägypter sowieso generell ganz gut, dass sie Zeichen nur um ihrer selbst willen benutzt haben, ohne dass sie wirklich noch etwas gezeigt haben. Wie zum Beispiel das Anchzeichen. Kennt ihr das? Das tragen heute noch viele so als Anhänger um den Hals. Das haben schon die Mädchen in dem alten Ägypten gemacht. Das hatte da also keine kultischen Gründe mehr, sondern es hatte sich da auch schon verselbstständigt. Also das nun mal hier, um dem entgegenzuhalten. Und jetzt das hier, das ist mitnichten ein Euphemismus, sondern ich weiß nicht, ob Geopolitik einen schlechten Ruf hat, einen schlechten Klang hat. Aber im Grunde sind es Sachen, die wir alle unter dem Namen Erdkunde in der Schule gelernt haben. Ich habe zum Beispiel mal gelernt, ein halbes Jahr lang den Hafen von Tarent, die ganzen Waren, die da reinkommen, wieder rausgehen und so weiter. Die Erdkundelehrer, die haben ja so ein Talent, das so langweilig wie möglich zu machen. Aber grundsätzlich wäre es ja eigentlich nicht schlecht, wenn man im Erdkundeunterricht in der Schule lernen würde, wie die Hauptwaren und Geldströme auf der Welt sind. Würde man die Welt anders sehen, wenn man das wissen würde als Schüler, wenn man aus der Schule rauskommt. Und hier gibt es durchaus eine Reihe von Modellen geopolitischer Natur. Diese Bücher, die Putin angeblich gelesen hat, von denen habe ich auch keine Ahnung, was da drin steht. Aber in unserer Welt gibt es zum Beispiel Peter Seyhan, das ist so ein amerikanischer Geopolitik-Self-Made-Man. Da könnt ihr mal Seyhan, W-C-E-I-H-A-N bei YouTube schauen. Schaut euch irgendwelche Videos an, der sagt immer das Gleiche. Und er hatte hier so ein Modell geopolitischer Natur für Russland. Er sagt, dass Putin angeblich klar geworden ist, dass er sie in der letzten Generation sind, wo es noch genug russische Männer gibt, damit man überhaupt einen Krieg führen kann, weil die Bevölkerungspyramide, da sieht es nicht gut aus für die Russen. Und er jetzt also alle Einfallstore nach Russland abriegeln möchte. Da gibt es fünf, glaube ich, nach Mr. Seyhans Auffassung. Und die werden alle abgeregelt. Und die Ukraine ist natürlich das größte Einfallstor. Also das ist auch, wenn wir Menschen des 21. Jahrhunderts vielleicht einen anderen Weg wählen würden, die Zukunft zu gestalten. Es ist das keine Hyperrealität und auch eben kein Euphemismus. Soviel also zu den Euphemismen und diesen Idiosynkrasien. Und wenn wir jetzt weiter lesen wollen, hier würde der Text jetzt weitergehen, dann müssen wir feststellen, es geht nicht mehr weiter. Das ist es im Grunde schon gewesen. Es kommt jetzt nur noch Umberto Eco, der sagt auch irgendwas zu Neusprech, das schauen wir uns dann später an. Und er bezeichnet, und das ist es, was der Autor machen will, er verwendet Umberto Eco bloß dazu, Putin selbst als Faschisten zu bezeichnen. Das kann man machen, wenn man Lust hat, aber es ist nicht das, was uns oben versprochen worden ist. Da hat es nämlich geheißen, am deutlichsten wird das in der Verwendung des Begriffs Faschismus. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für den Chef vom Dienst, dass da der Autor unten nochmal das Thema wechselt. Da wäre es jetzt nötig gewesen, dass nochmal jemand diesen Text liest, bevor man das schreibt. Aber nun ist es nun mal passiert. Fassen wir mal zusammen. Der Autor, Ostroff heißt er, sieht eine Ähnlichkeit zwischen diesem Sprachgebrauch, den wir gerade an Beispielen gesehen haben, der einen eher erinnert an jeden Politiker auf dieser Welt. Da muss man also nicht ein Diktator in Russland sein, sondern selbst die Bundesregierung in Deutschland, die Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte, die haben solche Sachen gemacht. Auch wir machen sie im Alltag und im Privatleben. Das erinnert also nun diesen Autor, Herrn Ostroff, an Orwells 1984. Er schreibt ja sogar, denn was der Autor als Schrecken eines totalitären Regimes bezeichnete, damit meinte Orwell, entspricht durchaus den Attributen von Putins Herrschaft. Zu diesen Attributen gehört Neusprech, eine Sprache, die durch Parteideologie und parteibürokratische Wendungen verstümmelt wurde. Und die Ähnlichkeit, die Herr Ostroff hier sieht, ist allein dem Umstand geschuldet, dass er diesen Roman nicht gelesen hat. Was die Redaktion angeht, die hat entweder diesen Text hier nicht gelesen, so sah es ja aus, oder sie hat auch 1984 nicht gelesen, denn man kann diesen Roman nicht gelesen haben, ohne spätestens hier aufzuhören zu lesen und sich am Kopf zu kratzen, was das hier werden soll. Denn man kann auch das, was in 1984 zum Neusprech drinsteht, nicht falsch verstehen, man kann es auch nicht anders verstehen, man kann es vor allem auch nicht verpassen. Ich hatte mir diese kleine Möglichkeit überlegt, dass er das vielleicht mal vor Jahren gelesen hat, so wie ich, da ist es schon lange, lange Zeit her, aber Herr Ostroff ist ja noch Student, also ist er ja wahrscheinlich viel jünger als ich, und dann vergessen hat, was dieses Neusprech gewesen sein soll im Roman und sich an dem Wort selber nochmal was zusammenfantasiert hat. Das ist das Phänomen, das wir festgestellt haben neulich im Video über die Demokratie. Da haben wir gesehen, dass Leute nicht erforschen, was die Sache, die so ein Wort bezeichnet wie Demokratie oder Neusprech, selbst erforschen, was es wirklich ist, sondern sie fantasieren sich was zusammen aus dem Wort, wobei sie dann meistens das Wort irgendwie segmentieren, aus den Einzelkomponenten die Bedeutungen gewinnen, die dann addieren zur Gesamtbedeutung und glauben, dass das es wäre, was die Sache ist, die dieses Kompositum bezeichnet, dass wir also dieses Phänomen hier haben. Aber da muss man schon wirklich sehr lange dieses Buch nicht mehr gelesen haben. Eigentlich kann man das nicht vergessen. Die Ahnungslosigkeit von Herrn Ostroff ist so total, dass ihr hier oben zitiert Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. In der Annahme nämlich, dass das hier Neusprech wäre, das ist es nicht, das hat mit Neusprech nicht das Geringste zu tun. Was ihr hier seht, das ist Double Think. So heißt es in der englischen Originalausgabe, wie das eingedeutscht worden ist, vielleicht als Doppeldenk, das weiß ich nicht genau. Ich habe hier mal die Originalausgabe in der Kindle-Edition und hier sehen wir, wir sind mitten im Text, eine Beschreibung von dem Ministry of Truth. Das ist das Ministerium für Wahrheit, in dem die Hauptfigur Winston arbeitet. Und das ist ein riesengroßes Gebäude, 300 Meter, es überragt alle Gebäude in der Umgebung und ist pyramidal angelegt mit so Terrassen, wie so eine Stufenpyramide. Und auf der Fassade stehen riesengroß diese drei Slogans, wie es hier heißt, der Partei. Das ist tatsächlich die Doktrin der Partei. Sie ist entstanden aus dem Umstand, dass die Partei Entscheidungen getroffen hat in der Vergangenheit, die sich nachträglich als falsch herausgestellt haben. Zum Beispiel ist man Allianzen mit einem Land eingegangen, um zusammen gegen ein anderes Land zu kämpfen und dann hat sich die Sache umgedreht. Der Verbündete wurde zum Feind und der Feind wurde zum Verbündeten und dann wollte man nachträglich die Sache so darstellen, dass man es vorher schon gesehen hat. Und deswegen hat man da so eine Kultur in dem Roman, in der Geschichte entwickelt, wo man dann, und damit ist die Hauptwirkung Winsten beruflich befasst, die Zeitungsartikel von gestern umschreibt, so als wenn der Krieg gegen das eine Land immer schon der Krieg gegen dieses eine Land gewesen ist, obwohl das nicht stimmt. Sodass es immer so aussieht, aktuell, als hätte die Partei Recht gehabt, als hätte sie nie irgendwas nochmal umentscheiden müssen, weil sie sich geirrt hatte. So hat es aus der Not begonnen, aber aus der Not wurde dann eben die Tugend gemacht, dass jedermann ständig die Vergangenheit neu lernen muss, jeden Tag neu, die kann sich also jeden Tag ändern, die Vergangenheit, weil er sonst eben ein Gedankenverbrecher ist. Das hat sich also dann zu diesem Wahnsinn entwickelt, den wir dann hier ausgeführt sehen in der Geschichte. Aber dass die Leute das machen, dass sie die Vergangenheit neu lernen, das tun sie nur, weil ihnen Gewalt droht. Das Mittel, wie diese Diktatur hier durchgezogen wird, ist die Androhung von Gewalt, wie das bei echten Diktaturen auch der Fall war. Bei der DDR zum Beispiel, da begann man damit, jemanden, der sich nicht eingefügt hat in die sozialistische Gemeinschaft, ihn auszugrenzen. Das reichte normalerweise schon aus. Und dann gab es so ein paar renitente Typen, denen musste man dann Gewalt antun. Und so ist das hier auch in der Geschichte. Im zweiten und dritten Teil kommt dann Winston tatsächlich in die Räder, wo dann die die Gewalt beginnt. Neu spricht dagegen ist keine stilistische Abwandlung, wie wir das gerade gesehen haben, mit Euphemismen oder Idiosynkrasien, sondern eine eigene Sprache, die sich morphologisch unterscheidet von der normalen Sprache, die man Oldspeaker nennt. Sie ist also eigene Wortbildung und eigene Semantik. Das sehen wir hier oben an dem Beispiel für Ministry of Truth. Das würde also auf Newspeak Mini-True heißen. Auch dieses Double-Think ist eigentlich ein Newspeak-Word und es gibt noch weitere Ministerien. Mini-True, Mini-Packs, Mini-Love und Mini-Plenty. Das ist also das Neusprechwort für Ministry of Plenty, das Wirtschaftsministerium. Bekannt ist auch dieses Beispiel Double-Plus-Ungut. Das bedeutet also sehr schlecht. Newspeak hat keinen Anteil an der Diktatur 1984. Es hat keinen Anteil an der Geschichte oder auch an der Gesellschaft, die in diesem Roman dargestellt wird, sondern es ist so ein sinnliches Accessoire, das sich Orwell wahrscheinlich on the fly ausgedacht hat, vielleicht auch schon vorher, dann aber nicht gewusst hat, wie er das wirklich szenisch einbauen kann. Bei dem Double-Think ist das schon so. Man sieht zum Beispiel Winston, wie er da in seinem Arbeitsplatz Artikel aus der Zeitung umschreibt, sie also der neuen Vergangenheit anpasst. Naja, richtig szenisch ist es nicht, sondern es ist eigentlich nur die Behauptung inszeniert, aber immerhin. Ansonsten wird Double-Think sehr häufig und regelmäßig verwendet, es wiederholt sich aber immer und es ist immer eine Erklärung, also nicht irgendwie szenisch dargestellt. Und bei Newspeak ist es gar so, dass wirklich nur dann, nachdem die Begriffe in normaler Sprache gezeigt worden sind, dass man dann noch erklärt, wie das dann auf Newspeak heißt. Sonst ist eigentlich nicht viel erwähnt für Newspeak. Niemand spricht Newspeak in 1984. Es wird also auch nicht verwendet als Sprache, sondern nur der Leitartikel in der Zeitung. Auch die anderen Artikel also nicht, nur der steht in Newspeak. Und da hat man dieses Wörterbuch, das man in immer weiteren neuen Auflagen bearbeitet, woran man diese Genese von Newspeak immer weiter vorantreibt, also auf dieses Ziel hinarbeitet, eine Sprache zu haben, die mit möglichst wenig Elementen alles ausdrücken kann, was es gibt. Auch das Double-Think, Woe is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength, auch das sind keine Euphemismen, sondern eigentlich fast schon das Gegenteil davon. Ich würde sowas auch nicht als Oxymoron oder so bezeichnen, das ist ja kein Stilmittel, sondern es ist eine grundsätzliche Antithese von gegenüberstehenden Begriffen, die in diesem Roman zu einer Gleichheit werden, zu dem Zweck Credo Queer Absurdum ist, das war das Motto von Augustinus, also ich glaube, gerade weil es absurd ist. Und dann gibt es eben in der Gegenbewegung dieses berühmte Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei plus zwei vier sind. Man verharmlost das Schreckliche nicht, sondern sagt es frei heraus und fordert Unterwerfung. Das ist 1984. Hören wir uns an, was Umberto zu sagen hat? In dem Essay Der ewige Faschismus nennt Umberto Ecke Neusprech als letztes vierzehntes Zeichen des Faschismus, der darauf abzielt, den Werkzeugkasten des komplexen kritischen Denkens so weit wie möglich einzuschränken. Also der Faschismus in seiner Gänze zielt darauf ab, deswegen der und Neusprech ist ein Werkzeug, mit dem er das dann wohl erreichen will. Herr Ostroff, Sie hätten Umberto Ecke nicht ins Spiel bringen brauchen, wenn Sie 1984 gelesen hätten. Dort steht es nämlich viel ausführlicher drin und von dort hat es natürlich auch Umberto Ecke. Weil das ja die Sprache und die Natur des Menschen in seiner Gesamtheit betrifft und das unser Kerngebiet ist, stellen wir das zurück bis ganz ans Ende. Wir lesen erst mal weiter. Genau das ist in Putins Russland zu beobachten. Nein, das ist es nicht, Herr Ostroff, das ist es nicht. Selbst ich und ich habe nicht so viel Zeit, mich mit dem Krieg zu beschäftigen, schaue mir hin und wieder Videos an von Russen, die aus Russland senden, also nicht aus der Diaspora oder so, sondern aus Moskau oder anderen Städten und die Kritik äußern am Regime und an Putin und die diese Sachen durchschauen und aus deren Ausführungen und Videoaufnahmen, die gehen ja dann häufig auch so in Supermärkte, weil die Russen denken, sie könnten die Folgen der jetzigen Lage, in der Russland ist, daran bemessen, ob es Kartoffeln im Supermarkt gibt und es ist von nichts in diese Richtung irgendetwas zu bemerken, wie sie ja selbst im nächsten Satz einräumen, Schlagzeilen und Nachrichten abzumildern, ist für das Regime lebenswichtig. Das ist also alles, was sie haben, das haben wir bemerkt und sie haben es selber wohl offenkundig auch bemerkt, nicht wissend, dass es nichts mit dem zu tun hat, was in 1984 geschrieben steht. Wahre Schlagzeilen, die oft wirklich schrecklich sind, werden wahrscheinlich nicht zur Konsolidierung der Gesellschaft beitragen, die Vladimir Putin so dringend braucht, um seine Macht zu erhalten. Das ist übrigens ein weiteres Zeichen des Faschismus, die Identifikation des Anführers mit dem Staat. Nein, es ist es nicht. Josef Stalin, muss ich noch weitere Laufzählen, die Staatspropaganda bedient sich in Demokratiedebatten seit langem eines rhetorischen Mittels, wenn nicht Putin, wer dann? Na, das hat zum Beispiel auch Mubarak gesagt am Ende seiner Zeit in Ägypten, dass die Ägypter, die wären völlig aufgeschmissen, wenn er sich nicht um sie kümmern würde, wie so um kleine Kinder. Oder hier auch in Deutschland, bei Angela Merkel hat man auch das eben so gesagt, dass es sonst niemanden gibt und dass man sie als Verwalterin, sagen wir mal, gerne behalten wollte. Das ist gängig. In der Politik hat es mit Faschismus überhaupt nichts zu tun. Ohne Putin kein Russland. Ja, wer denn auch, wenn alle würdigen Menschen wegen erfundener Fälle im Gefängnis sitzen, getötet oder zur Immigration gezwungen worden? Das lasse ich mal so stehen. Aber der dreisteste Ausdruck der Relativierung von Begriffen, deren sich übrigens auch die Linken im Westen gerne schuldig machen, ist der berüchtigte Faschismus in Anführungszeichen selbst. Er war es bekanntlich, der als Vorwand diente, um einen Krieg mit der Ukraine zu beginnen. Faschistische Kiewer Hunter, ukrainische Nazis, ist aus den Sprachrohren der Propaganda zu hören. Und es ist jetzt eben auch zu hören von Russen, dass sie ihre Regierung öffentlich fragen, warum man Kiew nicht eingenommen hat, wenn dort die Faschistische Hunter sitzt. Das habe ich von mehreren gehört. Aufgrund der Häufigkeit des Gebrauchs ist dieser Begriff so entwertet worden, dass heute niemand mehr genau weiß, was wirklicher Faschismus ist. Doch ich weiß es, Herr Ostroff. Wirklicher Faschismus ist das, was Mussolini in Italien getan hat. Alles andere ist kein Faschismus, sondern etwas anderes. Aber genug von Mussolini, Herr Ostroff. Lassen Sie uns stattdessen über Sie reden. Mit Ihrer Ungebildetheit und vor allem mit Ihrem wuscheligen Verstand. Sie sind es, der Ausdrücke wie Faschismus entwertet und auch jeden anderen Ausdruck, den Sie anfassen. Bei Faschismus ist der Schaden schon lange entstanden, ehe Sie auf die Welt gekommen sind. Der ist quasi bei der Geburt dieses Wortes schon entstanden. Darüber haben wir ja schon mal geredet und ich werde das gleich nochmal wiederholen kurz, wo dieses Wort herkommt und wie es im Deutschen überhaupt verwendet wird. Sie haben erst oben Putin selber als Faschisten bezeichnet und als wenn das nicht krass genug wäre, weil er ist ein Bandit vom KGB, der sich Russland unter den Nagel gerissen hat, in einer Weise, wie sie nur in Russland möglich gewesen ist. Sie haben außerdem alles, was er in seiner typischen Weise dort gemacht hat, zum typischen Zeichen von Faschismus erklärt, um gleich darauf im nächsten Absatz ihm vorzuwerfen, dass er andere Leute als Faschisten bezeichnet. Jetzt lesen wir noch den kläglichen Rest. Aber genau das wollte Putins Propaganda erreichen. Na, das wollte sie nicht, Herr Ostroff. Sie sind völlig verrückt. Putin wollte, und das ist ja nun offenkundig, egal was das hier oben für Typen da gewesen sind, ich glaube, die hat es wirklich gegeben, aber wie die genau waren darüber, gibt es widersprüchliche Aussagen. Putin wollte das als Anlass nehmen, um die Ukraine sich einzuverleiben und zwar in ihrer hübschen Gänze. Und er hat, um die Russen nicht zu verschrecken, weil ja die Russen die Ukraine als Brudervolk auffassen, deshalb den Begriff der Spezialoperation eingeführt, in der Hoffnung oder in der Annahme, dass die Sache in drei Tagen über die Bühne geht. Und dann hätte man also sagen können, wir haben unser Reich vergrößert, alle wären happy gewesen, dann wäre was passiert, wäre auch niemanden weiter aufgefallen oder hätte niemanden in Russland unbedingt interessiert. Und das ist es, was Putin erreichen will. Und jetzt geht es hier weiter, um es unmöglich zu machen, Parallelen zu seiner Regierungszeit zu ziehen. Von wen meinen sie jetzt? Wie Orwell in seinem Essay Politics and the English Language schrieb, sie, wenn sie nicht wissen, was Faschismus ist, wie können sie ihn bekämpfen? Lassen wir das mal weg. Das ist mir dann zu dumm. Wenn die Einheitsfront der staatlichen Medien einen Flugzeugabsturz, eine harte Landung und die in Sibirien wütenden Waldbrände Rauch nennt. Moment mal, wir haben das oben gelesen in der Annahme, dass da irgendwelche Sachen an der ukrainischen Front explodieren. Und jetzt teilen sie uns mit, dass es sich um Waldbrände am anderen Ende des größten Landes der Welt handelt? Ich bin wütend. Dann ist das in einem von oppositionellen Zeitungen geräumten Medienfeld wirklich eine harte Landung und Rauch. Das ist die Macht der Sprache. Nein, es ist sie nicht. Herr Ostroff, auch wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass sie verrückt sind, sie haben doch da oben selber gesagt, dass alle, die Putin gefährlich werden können, im Gefängnis sitzen, getötet wurden oder zur Immigration gezwungen worden sind. Das ist richtig. Das wissen wir alle. Und zwar in ziemlich großem Stil. Und das Typische, was Putin auszeichnet, wenn er Gegner tötet ist, dass er gar nicht redet. Das ist der Witz in der Sache. Das ist es, warum jemand den Mund aufmacht. Die Macht der Sprache. So was Dummes. Schauen wir doch nochmal, was der Umberto tatsächlich geschrieben hat. Hier seht ihr den kompletten 14. Punkt. Den können wir also in Kürze abhacken. Der Urfaschismus spricht Newspeak, heißt es da. Und was er mit Urfaschismus meint, das haben sich anscheinend schon vor mir Menschen gefragt. Vor dieser Auflage hier, das ist ein E-Book vom Hansa Verlag, weswegen sich der Verlag schon mal im Vorwort dafür, entschuldigt, möchte ich das nicht, sondern ihn in Schutz nimmt gegenüber der Kritik. Und zwar indem er es noch schlimmer macht, indem er die Idiotie dieser Idee nochmal kurz erwähnt. Also es ist eigentlich sowas wie Platons Ideen derer mit einem Urfaschismus als immaterielle Idee, die so als Struktur, als Muster über den Wassern schwebt. Und wenn es eine echte Form von Faschismus in der Geschichte sich ergibt, dann folgt die diesem unsichtbaren Schema. Das ist ein ziemlich beachtlicher Irrtum, wenn man bedenkt, dass der Weltrund von Umberto Ecker ja auf dem Universalienstreit im Mittelalter gründet. Der Urfaschismus spricht also Newspeak, sagt er. Und damit meint er also wahrscheinlich alle faschistischen Regime. Und das stimmt natürlich nicht. Ihr habt ja schon mal Reden von Hitler gehört. Der redet nicht versimpeltes Deutsch oder sowas. Das war doch nicht meine Idee mit dem Liesigvertrag. Das war doch die Idee von der Firma Ismaier, dass ich diesen Liesigvertrag unterschreiben soll. Und ich Idiot, unterschreibe diesen Liesigvertrag. Und seit dieser Zeit kann ich der Firma Ismaier 437,087 Pfennig in den Arsch stopfen. Ja sicher bin ich hingegangen. Ja sicher bin ich hingegangen. Ich habe ja noch zuerst gesagt. Sag ich Wimfried. Ich sag ich noch, mit diesem Liesigvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wisst ihr was der Kerl mir sagt? Wisst ihr was dieser Kerl mir sagt, dieser Kretin? Dann sagt er, was heißt da wir? Blödsinn. Also er hätte ja gar nicht die Möglichkeit, das überhaupt herauszufinden, dass es so ist. Aber wir müssen uns bereithalten, auch andere Formen von Newspeak zu identifizieren, selbst wenn sie die unschuldige Form einer populären Talkshow annehmen. Um es nochmal kipp und klar zu sagen, auch für den Hansa Verlag. Wenn man sowas heute in einer Schulaufgabe in der Schule abgeben würde, dann würde man das vom Lehrer in Deutsch oder in Geschichte um die Ohren gehauen bekommen. Das gilt nicht nur für den vierzehnten Punkt, sondern das gesamte Essay. Und nun noch zum Begriff des Faschismus als eine kleine Wiederholung. Wir haben darüber gesprochen in dem Video über die Istmen. Da kommt es als Beispiel vor, relativ weit hinten natürlich, weil wir chronologisch vorgegangen sind. Und da haben wir festgestellt, dass Faschismus selbstverständlich die Bezeichnung für die Diktatur von Benito Mussolini in Italien war. Er hatte dort natürlich Widerstand unterschiedlichster Art, unter anderem von Kommunisten. Die bezeichneten sich selber als Antifaschisten. Und so gelangte dieses Wort nach Deutschland, dass man Hitler als Faschisten bezeichnet hat, weil man sich zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen hier von 1925, 1926, nichts Schlimmeres vorstellen konnte als Benito Mussolini und seine Diktatur. Für die Kommunisten war das tatsächlich auch so, denn Italien bedeutete mit Mussolini, dass man dort nicht mehr die kommunistische Revolution veranstalten konnte, nicht mehr die kommunistische Terrorherrschaft aufbauen konnte. Dort war das Rennen gelaufen. Und so hat man es nach Deutschland getragen und dann mit diesem Begriff auf Hitler geworfen, in der Hoffnung, ihn zu diffamieren. Nicht ahnend, dass aus Hitler etwas viel Größeres werden könnte, als es bei Mussolini der Fall war, sodass das also heute ziemlich lächerlich klingt. Und dann eben in den frühen 30er Jahren durch die bekannte Stalin-Doktrin, die wir da besprochen haben, man die SPD diffamieren wollte. Die waren die wahren Faschisten. Und deswegen hat man diese antifaschistische Aktion, da haben wir dieses Wort Aktion, das wir vorhin bei dem Artikel gesehen haben, gegründet hat, um gegen die SPD zu kämpfen. Man wollte sie zwingen, sich aufzulösen und sich unterzuordnen, den Kommunisten. Das hat man natürlich nicht getan. Und deswegen waren die die eigentlichen Hauptfaschisten. Und Hitler war dann nur der sekundäre Faschist. Und so sind diese Ausdrücke Faschismus und Antifaschismus ins Deutsche gelangt. Faschismus als reines milieu-internes Schreiwort von den Kommunisten und der Antifa. Also kein Wort der Allgemeinsprache und kein Wort der Wissenschaft. Das sollte man doch irgendwie bemerken. Und auch die Redaktion von Tichys Einblick, das hat mich gewundert, das ist ja keine linke Redaktion, dass die das nicht gemerkt hat. Das muss man doch irgendwie spüren, dass wir im normalen Deutschen nicht von Faschisten reden. Wir sprechen von Hitler, wir sprechen vom Dritten Reich, wir sprechen von Nazis, von Nationalsozialisten, aber nicht von Faschisten. Das tun nur Linksradikale. Das ist also kein Wort der Allgemeinsprache. Und jetzt haben wir hier natürlich das Malheur, dass wir hier mit Umberto Eco wieder einen Italiener haben, also wir wieder zurückgehen nach Italien. Was die Sache natürlich verkompliziert, aber wir wissen eigentlich jetzt hier Bescheid. Und dann haben wir eben noch das Russische, wo seit 1917 man kommunistisch war und deswegen das Wort Faschistisch bestimmt. Ich habe zweimal in meinem Leben Russisch gelernt. Einmal, da war ich noch recht klein, so elf, zwölf Jahre, da habe ich so Sprachen gelernt, die ein fremdes Alphabet hatten. Und so bin ich übrigens zum Griechischen gekommen. Damit habe ich schon angefangen, Griechisch zu lernen. Hebräisch habe ich damals gelernt, also biblisches Hebräisch. Ich war sogar mal bei dem Rabbi, der hat so Hebräisch Unterricht gegeben. Er hat immer gesagt, wenn man Hebräisch verstehen will, dann muss man Arabisch lernen. Und beim Russischen, naja, da habe ich es nicht weit gebracht, als bis zur Pravda. Es gab damals nämlich für die Jungen unter euch das Internet noch nicht und es war wirklich schwer, an russische Texte zu kommen. In der Stadtbibliothek, da gab es so ein paar Romanen und die waren irgendwie komisch. Und deswegen bin ich immer einmal im Monat zum Hauptbahnhof gefahren und habe mir die Pravda gekauft und habe damit heillosen Alarm ausgelöst bei allen Erwachsenen, denen ich begegnet bin. Selbst fremde Leute, die in der S-Bahn saßen und das gesehen haben, dass ich die Pravda lese, die haben sich gemüßig gefühlt einzugreifen. Die hatten also Angst, dass ich mich mit Kommunismus infiziere, wenn ich die Pravda lese. Und das war ganz witzig, weil in der Pravda, da standen nur so langweilige Sachen drin, so typische sozialistische, organisatorisches Zeug. Ich habe mal so eine Reportage gelesen über die Interflug, die ehemalige Fluggesellschaft der DDR und da haben sie eine Stewardess interviewt und die hat erzählt, dass immer wenn sie aus dem Ausland zurückgekommen sind, dann wurden sie debriefed von der Stasi und dann wurde man also Sachen gefragt, was hält man denn im Westen von den Beschlüssen der 15. Kommentarsitzung in Erfurt? Die Stewardess, die war völlig fassungslos, dass diese Leute denken, dass das im Westen jemand weiß und sie hat dann versucht, denen zu erklären, dass man im Westen eine grobe Vorstellung davon hatte, dass im Osten Menschen leben. Ich wollte ja noch erzählen, wo ich das zweite Mal Russisch gelernt habe, lernen kann man das ja nicht nennen, ich konnte halt die Pravda ein bisschen lesen mit einem Wörterbuch und das zweite Mal war, da gibt es dieses eine Buch über die Glottaltheorie, das sind zwei dicke Bände und es ist eine tolle Theorie, fand ich so als Anfänger der Indogermanistik und es war sehr reichhaltig das Buch und da habe ich nochmal Russisch gelernt, um das zu lesen, um dann festzustellen, als ich fertig war, dass es eine deutsche Übersetzung von dem Buch gab. Das waren meine beiden Versuche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Begriff Faschismus oder Nazi im Russischen verwendet wird, aber dort ist es dann natürlich zu einem allgemeinsprachlichen Wort geworden, nach 70 Jahren Kommunismus. Das ist klar, dass die da nicht von Nationalsozialismus reden. Also das muss man bedenken, wenn man jetzt im Deutschen übersetzt oder im Deutschen berichtet über Russland und dann dort den Ausdruck Faschisten hört, muss man es mit Nazis übersetzen, am besten ins Deutsche. Und nun noch zu guter Letzt die Originalstellen aus dem Roman 1984 zu der Frage, warum eigentlich Newspeak, welchem Zweck dient diese Sprache in der fiktiven Diktatur des Romans und lässt sich das auch anwenden auf die Wirklichkeit? Das ist ja was offenkundig viele Menschen einfach so mal annehmen, dass wenn es in dem Roman funktioniert, dass es dann auch in der Wirklichkeit funktioniert oder überhaupt diesen Roman mit der Diktatur darin als eine Matrize nehmen, so wie dieser Urfaschismus von Umberto Eco im platonischen Sinn als Urede für alle Diktaturen in der Wirklichkeit. Hier eine Stelle, ich glaube, das ist schon diese Nachschrift am Ende, die ich eigentlich nicht so gut finde. Ich finde, wenn man als Romanschriftsteller es nicht geschafft hat, innerhalb der Handlung des Romans zu sagen, was man zu sagen hat, dann sollte man das bleiben lassen. Jedenfalls bin ich nicht gezwungen, als Leser das zu beachten, was der Autor außerhalb des Romans noch zu diesem Werk zu sagen hat. Und in dem Fall war es eben so, dass es Orwell nicht ganz gelungen ist, das irgendwie einzubauen. Also gut inszeniert ist dieser Roman nicht. Auch die Inszenierung, die es gibt, die ist immer so das Nächstliegende eigentlich so ein bisschen. Aber trotzdem hat der Roman was, also es ist kein wirklich schlechter Roman. Aber hier steht eben sehr kurz, was Newspeak ist. Newspeak wurde designt nicht, um die Bandbreite an Gedanken zu erweitern, sondern sie zu verringern. Dieser Zweck wurde indirekt dadurch ermöglicht, dass man die Wahl der Wörter auf ein Minimum herunterschneidet. Und gemeint ist damit, dass man die Anzahl der Wörter generell im Wortschatz drastisch reduziert und dann ganz simple Compositor bildet, wie zum Beispiel Prolfeed. Das ist all das, was man im Fernsehen, im Internet geboten bekommt zur Zerstreuung. Das wird Prolfeed genannt. Und die verbleibenden Wörter haben dann eine klare Bedeutung und keine Nebenbedeutungen mehr. Etwas so kindlich, wie sich Physiker zum Beispiel vorstellen, wie die Sprache zu sein hätte. Na, wenn das so wäre, dann wäre sie nächsten Dienstag schon ausgestorben. Und es gibt auch eine Szene, in der sich der Winston unterhält mit diesen Syme, ist das glaube ich, heißt der, der in dieser Wörterbuchredaktion arbeitet. Hier haben wir diese Stelle. Erkennst du denn nicht, dass das ganze Ziel von Newspeak darin besteht, die Bandbreite der Gedanken, die Vielfalt der Gedanken einzuengen? Und das soll dann am Ende oder dem Endziel dienen, dass man Gedankenverbrechen wörtlich unmöglich macht, weil es dann gar keine Wörter mehr gibt, in denen man sich die, oder zunächst mal, in denen man die Gedankenverbrechen ausdrücken kann oder sie sich vorstellen kann. Also wenn es kein Wort gibt für etwas, dann kann man sich es nicht vorstellen. Das ist die entscheidende Idee, die dahinter steht. Und dann jedes Konzept, also die Vorstellung von etwas, das jemals gebraucht wird, wird durch ein einziges exaktes Wort daneben ausgedrückt, das man in diesem Neusprechwörterbuch findet. Das gibt die Partei dann eben vor. Und wenn es dieses Wort nicht gibt, dann kann man also auch die Vorstellung über etwas nicht haben. Und alle Konnotationen bei Bedeutungen oder die Tiefe von dem Wort im Wortschatz, das ist dann alles ausradiert. Man kann natürlich durchaus als Schriftsteller etwas bringen in einem Science-Fiction-Roman oder in einem normalen Roman jeder Art, wo es so ein bisschen surreal so geht, etwas bringen, von dem kein Leser ernsthaft annimmt, dass er das in der Wirklichkeit antreffen könnte, dass das in der Wirklichkeit funktioniert. Aber dann muss man gewisse Qualitäten mitbringen. Die das übertönen, diesen Zweifel daran, dass das echt sein kann. Also es ist durchaus nicht unehrenhaft, dass Orbel hier mit diesem Gedanken kommt, der natürlich nicht von ihm selbst stammt. Er ist nur so zu dem hier ausgearbeitet worden. Er reicht bis in die Antike natürlich zurück. Und in der Neuzeit natürlich, gerade im frühen 20. Jahrhunderts, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Habt ihr schon mal gehört, oder? Wir hatten mal eine hitzige Debatte darüber in der Facebook-Gruppe. Ich finde, dass es ein totaler Skandal ist, dass dieser Typ überhaupt einen Doktor machen durfte. Der hatte nämlich mit diesem Traktat seinen Doktor gemacht in England in einer Zeit, in der Menschen gewirkt haben wie Albert Einstein, Erwin Schrödinger oder Adolf Ermann, der größten Ägyptologen, die es jemals gab, der ganz große Beiträge zur Beschreibung der ägyptischen Sprache geleistet hat. Da hätte er ja mal reingucken können, was der so geschrieben hat, weil er auch irgendeinen völligen Blödsinn geschrieben hat über Hieroglyphen und so. Und man sieht, er hat von überhaupt nichts Ahnung. Und er konnte damals tatsächlich einen Doktor machen, ich glaube, in Philosophie natürlich. Nicht in echten Wissenschaft. Das hat ja zum Beispiel Thomas Mann gemacht bei diesem Josefs-Oman. Der hat bei dem bekannten Kurt Sethe, ein anderer großer Ägyptologe dieser Zeit, gelebte Zeit in der Wohnung. Als Hausgast nannte man das früher. Man muss also nicht blöd bleiben. Man kann was dagegen unternehmen. Und hier in diesem Fall hat George Orwell das eben versucht. Ein Irrtum von atemberaubender Falschheit möchte ich das mal nennen. Aber trotzdem heute sehr, sehr relevant. Viele Menschen halten das tatsächlich für plausibel. Den Gedanken, dass man das Bewusstsein von Menschen und das Unterbewusstsein durch Sprache beeinflussen könnte. Ich meine das jetzt in dem Sinne, wie wir es zum Beispiel bei Gender-Ideologie haben. Also nicht im klassischen literarischen Sinne, wo man also diese Stilmittel hat und dann eben den Leser mitreißt oder eben nicht. Sondern in diesem Sinne hier, dass man tatsächlich denkt, dass man Gedankenkontrolle betreiben könnte über Menschen. Eigentlich in der Art, wie man es in Harry Potter findet. Mit Zaubersprüchen. Dass die Sprache in der Lage ist, die Wirklichkeit magisch zu beeinflussen. Machen wir es so. Wenn ihr euch nur ein einziges Wort merkt aus diesem Video, dann ist es das Wort Kreolisierung. Wie in Kreolsprachen. In der Karibik zum Beispiel gibt es Kreolsprachen. Aber die gibt es ja auf der ganzen Welt. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Stellt euch vor, wir, also ich und alle Zuschauer dieser Sendung, wir würden uns entscheiden, uns gemeinsam auf einer unbewohnten Insel niederzulassen. Es gibt dort keine anderen Menschen. Und wir würden beschließen, dass wir zusammen Nachwuchs hervorbringen, der dann erst gezeugt werden müsste. Und wir würden fortan alle nur noch Russisch sprechen. Eine Sprache, die kaum jemand von uns beherrscht. Also wir würden dann halt noch schnell mit einem Lehrbuch ein bisschen Russisch lernen und ein paar Wörter haben und dann ganz gebrochenes Zeug reden. Und dann würde eigentlich schon in unserer Generation Null passieren, etwas, was man Pidgensprache nennt. Dass wir dann also das so hinbiegen, dass wir auch Sachen ausdrücken können damit, die wir so eigentlich gar nicht gelernt haben und über die man in Russland nur den Kopf schütteln würde. Und wenn dann die Kinder auf die Welt kommen und sie sind die Kinder von Eltern, die nur gebrochen eine Sprache reden, die deutlich eingeschränkt ist in ihren Möglichkeiten, dann lernen sie diese Sprache und dann tritt eben diese Krealisierung ein. Und es ist dann noch zu deren Lebzeiten, also die müssen gar nicht besonders alt werden, hatten wir eine vollentwickelte, komplexe Sprache, die genauso komplex wie Deutsch, Latein, Russisch oder sonst eine andere Sprache auf der Welt ist. Wir haben auch noch nie eine primitive Sprache gesehen. Obwohl wir ja Zivilisationen kennen, die durchaus weniger zivilisiert im modernen westlichen Sinn sind, als wir das sind. Und die unterscheiden sich aber nicht irgendwie in ihrer Komplexität oder gerade im Gegenteil. Sie sind sogar in den Formen durchaus komplizierter, so Indianersprachen zum Beispiel. Das ist also der einzige Gedanke, den ihr euch merken solltet, wenn es nur einer sein soll. Ansonsten schaut euch das Video an, das wir mal vor Jahren schon gemacht haben, über die Entstehung der Sprache schlechthin, da habe ich auch darüber geredet. Also dieser Gedanke, dass es mal ganz am Anfang eine primitive Protosprache gegeben hätte. So was ist uns in der Forschungsliteratur begegnet und zwar der nicht-linguistischen Seite dieser Forschungsliteratur, dass man eben als Nichtsprachwissenschaftler solche Annahmen macht, dass man da so primitive Vorstufen hätte über Generationen, also Uga Uga oder ich, Tarzan du Jane oder so. Und das wissen wir eben ganz sicher in der Sprachwissenschaft, dass so etwas nicht möglich ist. Eine andere Frage wäre, wie konnte sich Albert Einstein ein schwarzes Loch vorstellen, ohne ein Wort dafür zu haben? Das hatte er nämlich nicht, das Wort kam ja auch erst ein bisschen später. Wie ist es überhaupt möglich, dass wir die gleiche Sprache sprechen, aber trotzdem im Kopf unterschiedlich sind, unterschiedliche Wege im Leben gegangen sind. Stellt euch einfach mal in Ruhe vor, wie die Wirklichkeit aussehen würde, wenn diese Idee wahr wäre, wenn nicht das Gegenteil davon stimmen würde. Was dieses Konzept hier völlig übergeht ist oder einen vergessen macht, wenn es sich so vorstellt, dann denkt man da gar nicht dran, was für ein intelligentes und komplexes Wesen ein Mensch ist. Ein Mensch kriegt die ganze Zeit Umwelteindrücke, die er verarbeitet, aber nicht nur das, das machen Tiere auch. Wir simulieren dann die anderen Menschen um uns herum oder mit denen wir im Leben zu tun haben. Das Gehirn von ihnen, was so im Kopf von diesen Menschen vor sich geht, die Motive, ob sie einem feindlich gesinnt sind, ob sie sauer auf einen sind und diese Sachen. Darüber haben wir mal gesprochen im anderen Video, das ist die Zombie-Abkalypse. Lasst euch vom Titel dieser Sendung nicht abhalten, da geht es also um Gehirne. Und er kommt durchaus zu ganz qualifizierten Urteilen. Das ist der Grund, warum Menschen, die in der DDR gelebt haben oder im Dritten Reich oder in der Sowjetunion so gehandelt und gelebt haben, wie sie es eben getan haben. Die wussten alle, in welcher Lage sie sich befinden. Sie haben unterschiedlich darauf reagiert. Manche waren schroff dagegen, aber haben nichts gesagt. Andere haben Widerstand geleistet und andere haben das irgendwie relativiert aus Gründen, die man sicherlich menschlich verstehen kann. Und die, die dagegen waren, die sind aus einem gewissen Grund nicht zur Mauer gegangen, um sie niederzureißen, weil ihnen Gewalt drohte. Den Menschen in seiner Natur kann man eigentlich nur übersehen, wenn man eine solche Theorie aus der Philosophie herholt. Daher kommt sie nämlich eigentlich auch. Und deswegen ist es, das ist das Witzige eigentlich an der Konstellation, die wir heute hatten, dass der Zeitungsartikel und auch Umberto Eco diese Sache mit dem Faschismus in Verbindung bringen, also eher mit so diesen rechten Autokratien, diesen militanten und reaktionären Autokratien, während es eigentlich eine typische Domäne der linken Philosophien ist, also der kommunistischen, sozialistischen Systeme. Und in diesem Milieu findet man ja eben heute noch diese Theorie, diesen Ansatz, diesen Glauben, dass man Menschen mit Wörtern hypnotisieren kann, beeinflussen kann, zu anderen Menschen machen könnte, wie eben die Genderideologie. Das Video Gender 2022, auf das einige von euch schon warten. Das kommt dann bald. Da sehen wir das eben. Und wir haben es auch schon neulich in dem Demokratie-Video, glaube ich, gesehen, dass im rechten Feld das Interesse an Sprache gleich null ist. Die einzige Gestaltung, die man da bei Sprache drauf hat, ist nicht etwa die Versimplifizierung oder so, wie das Umberto Eco angenommen hat, jetzt auch hier rauskopiert einfach als Gedanke, ohne irgendwie zehn Sekunden darüber nachzudenken, sondern der Hohn und Spott, das findet man so bei Nazis oder so, wenn sie Reden gehalten haben, immer wieder malen. Das ist ein Phänomen, das man häufiger dort eben sehen kann. Das ist aber wirklich das Einzige. Überhaupt die einzige Anekdote, die ich kenne mit Sprache, die ist von Benito Mussolini. Der hatte ja mehrere Kinder und eine davon war Romano, der dann später, der ist glaube ich erst 2005 oder 2006 gestorben, der war ein bekannter Jazzmusiker. Und auch der Vater, der Benito Mussolini, der hat ja fast den ganzen Tag immer gespielt. Der war auch sehr musikalisch. Und die haben dann so Jazzmusiker wie Louis Armstrong in Italien auftreten lassen. Der war in den 30er Jahren, hat er eine Tour gemacht in Italien. Aber nicht als Louis Armstrong, sondern als Luigi Fortepraccio. Damit darf ich mich von euch verabschieden, liebe Dichter und Denker, und mich in die Dunkelheit zurückziehen, um mit mir selbst allein zu sein. Bis zum nächsten Mal. Das wird dann noch nicht das Gender-Video sein, das kommt dann danach, sondern ein kurzes Video über die Wörter für Krieg in den Sprachen Europas, im Deutschen Krieg, mit dem komischen Verbum Kriegen dazu, im englischen War, französisch Guerre, lateinisch Bellum und dazu auch in absonderlicher Weise das Duell, im griechischen Polymos und dazu natürlich dann das berühmte Zitat von Heraklit. Der Krieg ist der Vater alle Dinge. Und da werde ich mich also in Kürze bei euch zurückmelden und wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.